Es lebt! Ich will nicht, dass es lebt! Kennst du's? Ja, kenn ich. Tada! Halliallo, liebe mir wahrscheinlich schon längst abhandengekommene Zuschauerschaft. Karte, ich muss ja irgendwie so... Okay, ja, der liebe TheMagicLP macht nach zwei Jahren mal wieder ein Let's Play. Und ich muss eben die Lautsprecher so machen, dass es nicht ganz so laut für mich ist. Okay, ja, und ich mache, ihr hört es nicht, ihr hört es, doch, ihr hört es, aber ich bin nicht ganz alleine. Äh, ja, hi, hi. Setz mal, äh, little girlfriend Chianton. Stell dich vor, ganz ausführlich, so Lebenslauf und so, und allen kleinen Details und... Ja, klar, okay, ähm, ich bin Chianton, ich bin aus dem Ei geschlüpft und, äh, ja. Soll ich von einem Pokémon-Trainer eingefangen und werde jetzt fast klar auf Schneid-Spaß, also weiß nicht. Ja. Ja, genau, wir beide haben gerade, äh, warte, mein Controller ist gerade wieder ausgegangen. Haben gerade zu viel Zeit und, äh, nein, eigentlich haben wir nicht zu viel Zeit. Wir bringen einfach null Zeit jetzt miteinander und wir wollen ein Let's Play machen. Und wir spielen Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Und neben das haben wir uns gedacht, hey, wenn wir das schon spielen, können wir es auch gleich aufnehmen. Wow! Also, ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem ganzen Leben mal wieder Let's Play wäre, aber es ist doch tatsächlich nicht so weit gekommen. Two Player. Okay, dann fangen wir einfach mal an, ne? Ja. Okay, ich fang an. Gentleman first und so. Genau. Okay, jetzt musst du ganz kreatives Zeug, ähm, äh, komm, äh, das haben dir gegeben, sonst, 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 sonst sind die zu voll, äh, Schulfrauen gelangweist. Oh nein! Oh, ich hab deinen richtigen Namen gesagt. Oh mein Gott, jetzt bin ich nicht. Jetzt bin ich nicht mehr... Also, wir können jetzt so voll so Inside-Informen, wir hätten uns so vorher voll, hätten wir uns, hätten wir das hier schon spielen können und so voll Inside-Informationen geben können. Oh, kannst du Japanisch? Ja, was steht da? Was? Wo, wo steht das? Wir hätten vielleicht doch die eigene Schwestern anladen sollen. Achso, okay, ja doch, ich kann Japanisch, ja klar. Okay, bei dir ist alles in Kronen, du siehst auch alles, was ich sehe, ne? Ich doch. Was mache ich denn gerade? Oh nein, ich sehe es nicht. Was? Was siehst du denn? Gar nix. Ich spiel schon nix, okay, warte. Okay, warte kurz. Okay, hier sind wir dann. Jetzt, äh, jetzt kann sie auch alles sehen, wir sind jetzt wieder Synchronen. So, wir töten, töten wir die Ratte, okay. Äh, hätte ich das, hätte ich das eigentlich fast auch gegen die Ratte werfen können? Ist doch. Okay, jetzt töten wir Krokodile. Okay, es hakt ein bisschen. Du hast Alligator getötet! Nein, du wirst, du kannst ihn jetzt im April nicht mehr sehen. Ja. Ja, erklär das erstmal, Lisa, ne? Ja, die wird mich schon umbringen, nein, die wird mich schon umbringen, du hast den Alligator getötet. Ja, ach man kann, glaube ich, kein zweites Mal so Fass aufmachen, okay. So, mal sehen, wer sich das alles anguckt. Wahrscheinlich ist... Das kann man bei dem Spiel überhaupt alles machen. Ruckepackt. Kannst du jetzt irgendwas machen? Äh, nein. Ah, ich kann dich nach oben werfen, warte. Nicht zu kass, ich... Vielleicht kann ich dich ja nach oben werfen. Bestimmt. Ja, so geht es. Okay, mit dem Knapp werfe ich dich. Scheiße, du bist dran. Du musst ja was drücken, glaube ich. Ich vergaß, ich habe das Spiel das letzte Mal... Oh nein. Ah, okay. Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das? Ha. Oh, kann ich schon rum? Ja, da geht's runter. Oh, du bist durch irgendwas gestorben. Oder? Was ist das? Anni, du bist nicht gestorben, du hast irgendwas gefunden. Okay. Okay, du musst irgendwie da hoch springen, bitte. Nein! Und da hoch. Los. Los! Oh nein! Nein! Los, das schaffst du. Nein! Das war nicht gut, Schatz. Das war's. So. Jetzt gib dir mal mehr Mühe, ey. Ja, ne. Oh nein, jetzt hab ich Alligato getötet. Ha! Au. Gibt's nicht auch irgendeinen Rapper, der Ratte heißt? Weiß ich nicht. Es gibt einen Rapper, der Entra- Ne, oder? Ist der Entra? Ja, Entertainment. Ja, Entertainment. Genau, Entrust. Der war ja beim, der war ja beim, der war ja dieses Jahr beim Red Baby, hat er ja gemacht. Deswegen war wohl das verknappt. Scheiße! Wir schaffen nicht mal das erste Level, ey. Wir schaffen nicht mal das erste Level, ey. Wo ist's denn? Oh, jetzt müssen wir nur von vorne anfangen. Ja. Ich muss jetzt mal gegen die Ratte werfen, was ist. Versuch ich das nächste Mal. Aber wir müssen nicht ganz nach vorne anfangen. Ah, jetzt kann ich das wieder machen. Ja. Vielleicht. Vielleicht schaffe ich's. Du's mal. Nein. Ist das so schwer? Ich seh's kaum. Ich schaffe's einfach nicht. Ich? So, jetzt gibt's die Mühe. Nein! Ah Mann! Es ist doch nicht so schwer! Ja! Nicht gut, Schatz. Mein Fleisch will ich das gar nicht schaffen. Ja, du willst mich nur ärgern, ne? Ich habe das Lecker. Ich muss noch was beim Eingucken nachher nicht so. Ich werde das heute noch ändern und hochladen, sag ich dir. Oh nein. So. Ja. Das ist ein Pfeil. Da geht's einfach nicht rein. Vielleicht kannst du mich in die Tür werfen oder so. Das bringt dir jedenfalls lustriert. Schade. Kommst du jetzt irgendwie... Ja. Was wirst du mich einfach weg, wie wenn du benutzen, was schlappst? Äh... Ah ja. Das ist auch nicht. Oh, war kein Kissen mehr. Springen hier ist nicht schwierig, Schatz. Ja? Erst gehen... Wenn die erst springen und dann bewegen, ne? Nicht runterfallen und dann springen. Komm! Wir haben ein bisschen Leben bekommen, oder? Ja. Glaub schon. Oh, jetzt muss ich hier offen. Dann muss ich dich werken. Ja. Also... Wie kannst du dich werken? Mit, äh, ne Taste. Ich hab vergessen, wer geht. Er zeigt's sogar dahin. Ja, finde erstmal die Taste, mit der du mich werfen kannst. Ja, das... Drück einfach alle der Tasten einmal durch. Ja, siehst du. Oh! Welche Taste war das jetzt? Ah! Okay, ich hab's. Okay. Okay. So. Ja, fast! Ich glaube, du musst nicht springen. Ich glaube, du darfst nicht springen. Du musst es einfach stehen machen. Okay. Okay. Ein bisschen Schritt, vielleicht einen Schritt weiter zurück. Was? Nee, ich bin da von der anderen Seite. Okay, warte. Das geht nicht. Das ist total... Oder vielleicht musst du auch einfach nicht auf dem Pass stehen. Vielleicht musst du einfach, äh... Warte. Oh! Okay. Oder es ist einfach total sinnlos. Und es... Ja. Sagt überhaupt nichts auf. Also... Es passiert einfach nichts. Egal. Egal, geh einfach mal hin. Oh! Ich bin so dämlich! Ich hätte echt alle drauf springen müssen! Oh yeah! Okay, so geht's auch. Ich dachte, weil es eine Zielscheibe war, muss man da irgendwie hingehen. Okay, kann ich auswählen? Ja, ich kann das mit ihr auswählen. Ja. Okay, jetzt sind wir da. Okay, ich bin dran. Wir sind oben auf. Oh, da kann man zaubern drauf. Okay. Konzentration. Okay, wir müssen nach oben. Okay. Okay. Mach mal ein Appengeräusch. Oh! Oh! Das erinnert mich an ein Video, was du mir mal geschickt hast. Oh nein! Nicht dieses Video! Du erinnerst dich an welches Video, ne? Ja! Oh! 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 Ich weine! Du weinst? Soll ich dich trösten? Nein! Das ist gut schön! Oh, ich tröste dich! Warte, da ist aber auch noch was da. Das ist ein Bananen. Soll ich da mal hingucken? Ja! Oh! Ja, gut! Der Pfeil hat mich verarscht! Das muss unglaublich viel Spaß machen, um zuzugucken. Oh ja! Also... Ich würde bestimmt... Ich hab glaub ne Idee, was man da machen muss. Ich hab glaub ne Idee, was man da machen muss. Äh, du kannst mal eben das... Mach hol ihn doch eben wieder. Ja, okay. Und jetzt, äh... Ah, ich soll das hinwerfen! Ja! Hallo! 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 Das wirst du mich jetzt einfach weg hier! Okay, warte! Nein! Und der Käfer springt hinterher! Selbst wird gefährdet ein Käfer! Ja... Okay, warte mal... Nee, jetzt kannst du mich ja werfen! Ja! Okay, warte, wie macht das sogar? Nein! Tja, ich sag ja! Das ist schwieriger als... Pandemic! Wir haben bald keine Leben mehr, ey! Okay! Neuer Plan! Wir vergessen die Bananen! Okay! Aber vielleicht ist da was cooles! Probier's noch einmal! Probier's noch einmal! Einmal! Okay... Also... Ich hasse mich ja schon! Einmal ein bisschen weiter noch! Oh! Nein! Nicht zu nah ran stellen! Ein bisschen weiter noch! Klein bisschen weiter noch! Oh! Nein! Einmal ein Netz dran werfen! Nö! Egal! Aber wir haben Bananen gekriegt und sind dafür nur dreimal gestorben! Wow! Wo kommst du hoch? Wir können jetzt auf den Käfer springen und dann da... äh... Von dem Käfer aus... Oh! Ich geh einfach da dann! Okay... Wenn du es richtig anstellst, dann kannst du da... ... das Ding noch holen! War egal! Welches Ding? Nein! Da war er noch! Okay, ich bin tot! Ja! Aber ich zeig dir was ich meinte! Nein! Achso! Du meintest du willst sterben! Ja, ich will sterben! Das meinte ich damit! Vielleicht sollten wir doch Mario spielen! Ja, ne? Ich kann mir gleich wirklich mal warten! Ich glaube, das wäre besser! Was nicht heißt, dass das Spiel nicht Spaß macht! Aber wir sind einfach zu blöd! Ja! Wann wir sagen, wenn wir es... äh... Wenn wir es, äh... Ich schafft haben, spielen wir mit Mario! Ja! Aber wenn wir sterben, meine ich spiele mit Mario! Ich spiele mit Mario, okay! Ja! Okay! Äh, dann aber Super Mario Bros. 3, ne? Achso! Ja, oder? Oder wir können auch Super Mario Bros. spielen, wie du willst! Äh, es ist mega! Wir können überall! Also, die Spiders, aber... Okay, das eine habe ich ja nur schon mal! Das bleibt deswegen mal nicht! Okay! Ne, wir haben ja beides schon! Ja! Warte, so Mario Bros. 3, müsste ich dir dann dem noch schicken gleich! Natürlich haben wir die Spiele natürlich auch echt gekauft, ne? Äh, ja! Ja, natürlich! Ja, genau! Und die alles andere auch! Jane kauft immer ihre Sachen! Ja! Natürlich! Okay, so, da kommt meine lieben Sachen an! Okay, cool! Okay, ich kann die gleichzeitig klettern und... Okay, das geht nicht! Oh? Ha! Bin ich gut? Sag mir, ich bin gut! Ja, ja! Super! Sag ich bin der Beste! Du bist der Beste! Haha! Geil! Geil! Spielern, Bestplayern! Ja! Das will ich hören! Ha! Ich hab' zu viele Ratten, ey! Und ein paar... Ah! Ich glaube, man kann einfach... Nein! Nicht in die Kiste! Haha! Man kann einfach die Kiste weghauen! Ja! So funktioniert das! Bananen! Kann das so bisschen da... Hier im Osten, ich hab' keinen Löcher mit Bananen aus, ne? Ah! Ja, stimmt! Was ist das? Das sind Bananen! Nee, du musst ja wissen, was das ist! Ja, stimmt! Ich... Ja, aber... Ich hab' das ja dann nie gegessen, deswegen... Ich hab' vorhin erst ne Banane gegessen! Achso, und ich muss mich aber dafür 3 Stunden anstellen! Ey! Weißt du was? Würdest du dich eifersüchtig machen, wenn ich eine Banane essen würde? Ja, tue klar! Nein! Tja, das hast du jetzt nach vorne! Ja! Okay... 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 Ich bin wieder da... Sehr gut... Ich habe das Gefühl, wir sollten doch Mario spielen! Ja, dann kann ich da rein? Ne... AHHHHH! So... Mal sehen... Wir könnten doch Secret of Mana spielen! Wenn du willst... Das Elten Rollenspiel ist ein bisschen was anderes! Mal gucken! Okay... Ah, ich muss mir gleich erst noch was zu trinken! Ah! Scheiße! Hab' die Münze nicht gekriegt! Okay... Bissar... Oh! Ja! Äh, ich hab' jetzt alles verstanden! Okay, ja! Hahaha! Jetzt geh mal wieder wegbekommen! Ok! selected Emperor 보고stvos was ist das in der 1956! Ja. Ja. Sushi! Ähm, was will ich denn kaufen? Das ist eine gute Frage! Lieber das oder das oder das? Kauf das. Kauf das da! Äh, was jetzt? Das da. Das hier? Ja. Aber das klingt doch viel sympathischer. Ja, das klingt viel sympathischer, stimmt. Oder lieber das hier. Ja, das, das ist gut, ja. Okay, dann nehme ich das hier. Äh... Ah, okay. Ja, das stand, ich kann das nicht kaufen, weil das zu teuer ist. Sehr gut. Oder nicht gut. Äh, anscheinend kann ich gar nichts kaufen. Der will mir einfach nichts verkaufen, dieser Klatschige. Okay. Ah! Okay, ja, dann, ähm... Nehmen wir da hin. Da hin. Ja. Das Level schaffen wir jetzt auf Anhieb. Auf Anhieb zu sterben. Ja. Das ist gut, ja. Was ist das? Oh, wieder ein Mini-Level. Affe! Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Weiß ich nicht, ich kann mich noch an das Vieh erinnern. Ah, man muss die alle gegen das, äh, Viech werfen. Okay. Okay, gut zu wissen. Ach, so macht man das. Gut. Ja. Okay. Okay. Die wollen Bodyslam machen. Okay, mal kann nie... Achso, okay, wenn ich sie nicht getrunken halte, dann möchte sie bleiben. Okay, was haben wir hier? Ja. Ich freue mich. Bananen? Wer hätte es gedacht? Hättest du gedacht, dass da Bananen drin sind? Nein. Ich auch nicht. Ah! Hast du das gesehen? Ja. Sehr gut. Gesehn's. Hatte! Okay, warte, dann muss ich dich nehmen. Hochwerken. Und, komm ich da ran? Okay. Klasse. Ich gucke jetzt nochmal. Ah... Ist es okay, wenn ich dich werbe, Schatz? Ja. Okay. Hier kann man irgendwie schwingen, sodass man den Schwung schafft. Okay, geil. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal einfach nicht die Tatsche gedrückt. So. So. Los, sag mal irgendwas Spannendes. Äh... Was Spannendes. Sehr gut. Boah, wie geht's weiter? Ähm... Dann kommt ein Affe und der ist wütend. Ach ne, ist ja ein Kokodil. Du hast Alligator wütend gemacht. Okay, du bist dann. Okay, wenn man einmal auf ihn drauf gesprungen hat, darf man kein Zeitsmal auf ihn drauf springen. So viel zum Thema, man darf kein Zeitsmal auf ihn drauf springen. Wir sind noch nicht tot. Noch nicht. Ist die Betonung. Wir müssen... Yeah! So, wir müssen sterben. Ich glaube, jetzt sind wir tot, oder? Nee, ich glaube, du hast noch mal... Man hat jetzt diese Rollattack, ich wollte die gerade eben ausprobieren, aber... Okay... Siehst du, ist Ende egal? Ähm... Ah, voll in die Fresse. So... So... Man muss doch voll... Aber kann man da irgendwie reinspringen? Ja, wir sind tot. Ähm, wir waren ja richtig gut! Okay, laden wir es als letztes Fail hoch und irgendwann probieren wir es nochmal. Mal? Ja. Dann spielen wir jetzt erstmal Mario? Ja. Okay, cool. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Ich muss auch Tschüss sagen. Tschüss!